moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft wir wollten ja eigentlich das schiff hier weiter bauen ist jetzt wieder paar tage her wo ich das letzte mal gespielt habe so den holen wir mal so kommt ja den haben wir noch erwischt wir brauchen auf jeden fall sehr viel holz und wir kriegen sehr viel müll so das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht und wir haben auch schon wieder hunger so können wir noch mal kartoffeln in der rübe haben wir auf der stadt will man mal die rüben so und schnabulieren die hier haben wir nicht verhungern hier so wie viel rauchen wir noch wir haben nichts mehr zu essen okay so holz und plastik nice so wie wollen wir das eigentlich hier weiter machen und da war ein rückler wie wollen wir das jetzt weiter machen wollen wir so erst mal weiter bauen dafür haben wir nicht genug holz oder wir fangen ich habe mir keine gedanken gemacht wie wir hier weiter bauen wollen wir waren ja hier oben beschäftigt damit das wollten wir ja weitermachen hier das habe ich voll vergessen ich wollte hier erstmal einen kompletten boden hin machen dann das hier nach oben machen so da kriegen wir wieder ein paar fässer ich hoffe den erwischen war das aussagt wenn wir weiter werfen können das kann doch nicht sein soll ich wollte schon sagen wenn der jetzt auch noch vorbeigeht wenigstens eine klanke kriegen wir den da hinten ich hoffe doch komm noch ein bisschen ja nice und da hinten kriegen wir wieder eine insel und der das ist da kombo dass ich habe futter für dich hier kann so lecker steine kriegen vielleicht trinken wir auch noch mal einen schluck oder zwei spiel gerade dass ich das nicht noch mal im stream spielen konnte auf twitch da hatte ich tatsächlich wegen zu vieler beleidigungen die im spiel vorkamen wurde ich von twitch offline gestellt weil ich so ein talent hatte oder habe alles vorzulesen weil ich einfach gerne alles vorlese aus spielen und twitch hat das nicht gefallen dass jedes zweite wort irgendwie eine beleidigung war was ich in dem spiel da vorlesen durfte war echt super aber naja kann man ja nichts ändern kann man ja nichts machen dann ist es halt so dann werde ich auf twitch wahrscheinlich mal irgendwas anderes demnächst streamen oder spiel das lied ist jetzt gerade aber auch echt laut und ich hoffe für euch ihr seid nicht laut können wir das wieder wegschmeißen und das hier so ein paar planken fehlen uns noch oder kommen wir gehen mal zur insel wir gehen zu der insel da können wir auf jeden fall noch ein paar hier ähm ein paar bäume abholzen haben wir noch metall wir haben noch metallerz damit wir eine neue axt bauen können und uns fehlt ah ne für die axt brauchen wir kein metall wir brauchen holz dann hoffen wir mal dass wir hier wieder ein bisschen was haben so ich freue mich aber auch schon sobald wir den motor haben toll jetzt habe ich auch noch eine planke drauf geschmissen egal dann sind halt so weg und weg die können aber auch gleich jetzt essen dann würde ich sagen die packen wir mal in die essenskiste wir haben noch so viel gegartes fleisch warum essen wir die nie warte doch wir brauchen nur einen davon das reicht vollkommen hallo hab das hier gedrückt so wir wollen da hin und anlegen das müsste jetzt reichen so wo haben wir die axt da dann holen wir uns noch ein paar bäume das hat jetzt aber auch gepasst wir fallen ins wasser und sofort die musik aus stray boah ich liebe die spiele auch stray war super süß so wo ist glibber wir wissen ja dass er hier irgendwo auf uns wartet komm ich will hoch da war er schon und da ist harry bärt dass wir die beiden immer hier zu zweit haben wenn er direkt vor mir ist ist keine gute idee und die insel ist auch schon ein bisschen anders als die anderen ist die sogar ein bisschen größer der glibber holt sie wieder einen neuen stein schnell weg daneben können wir von hier da hoch komm komm noch ein bisschen noch ein bisschen nein dann nicht und harry bärt hat sie jetzt auf uns abgesehen wo ist ouch wir gehen in die höhle ich glaube da sind wir sicherer aha hier kommt es nicht rein so paar pilze können wir so auch noch schnabulieren so ah geil wie viele planken so 10 stück nice noch ein bisschen schrott ja ich komme an die mann so dann hier noch warte mal ja okay metallachs müssen wir noch einmal zum schiff zurück wenn wir uns die ersatzachs dann schnell eben craften können ja genau ich habe dich auch lieb gulliver wir brauchen bessere möglichkeiten irgendwie irgendwie in schiff zu kommen so boris ist da hinten und hier geht es nochmal hoch ouch so zweite metallachs und wieder zurück und da kommt bodis wieder jetzt können wir aber bäume fällen gehen von hier kam er hoch ja ich denke schon nein gulliver und da hinten ist unser erster baum wo ist ein harrybert keine ahnung wo herrybert ist aber den hier schnappen oh ouch schnell lieber weg die sind aber voll aktiv hier gerade und zwar beide noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen so verlesen von wo kommst du näher bis sechs reisen ganzen weg aus drum gelaufen ernsthaft kleines arschloch sei froh dass ich keine äh keine waffe gegen dich habe hier alter wie der aus dem nichts kam wo ist herrybert alter ja bitte bleibt da jetzt stecken genau alter der hat mich jetzt übelst erschrocken hier ist ja den gesamten weg zurückgesprintet so rote blume da haben wir noch ein baum so ich hoffe wir haben jetzt nicht zu viel müll im winter doch haben wir aber nicht zu viel zumindest und gulliver lässt uns jetzt erstmal auch in welchen ruhe ich hoffe die bleiben jetzt da alle stecken so ich glaube wir müssen nach oben und dann schauen wir mal wieviel planken wir jetzt insgesamt hier kriegen ich glaube von hier kommen wir nicht hoch spielt die playlist jetzt hier nur noch strayer wenn zufallswiedergabe drauf ist dann wir sind doch nicht so zufällig wie ich das da haben wollte okay hier geht es nicht wirklich weiter und wo ist glibber da daneben ne jetzt wie kommen wir da hoch ich muss doch irgendwie einen weg geben vielleicht außen rum gibt es hier hinten vielleicht einen weg ja gulliver du mich auch ja hier haben wir irgendwie einen weg gibt es hier auch noch unten ein paar bäume zum fällen ne aber eine ananas und eine wassermelone nice ah ok die insel haben wir normalerweise von der seite mal betrieben so komm ich will hoch ah und da haben wir wieder einen laden so können wir uns eh nicht leisten ok aber wir nehmen ihm die ganzen wassermelonen und die ananasse wieder weg und das ganze Holz so dann kann das weg das weg das weg so dann haben wir hier nochmal ein bisschen was und hier und wieder die Musik von Rustler ich habe so das Gefühl ich habe keine andere Musik gerade in der Playlist so Rute Bären nehmen wir auch noch mit so das kann wieder weg und das kann wieder weg doch das Spiel kapiert nicht dass ich die weg haben will aber egal wir gehen jetzt erstmal da hoch da haben wir bestimmt auch noch ein paar Bäume und Rute Bären da haben wir noch einen Baum Mango Baum und weg ich habe gedacht wir hätten vielleicht noch irgendwie Samen oder sowas gehabt so weg damit und nochmal weg damit was haben wir hier nochmal Rute Bären nice und weg damit ich glaube wir machen mal so dann schmeiße ich zumindest hier die Palmblätter einfach weg okay ich glaube nur da vorne gibt es nur noch Bäume und was haben wir hier nochmal Rute Bären nice gelbe Blume Rute Bären und hier nochmal mal schauen haben wir überhaupt alles richtig hier beziehungsweise den packen wir mal da hin und sortieren hier auch mal ein bisschen so dann haben wir hier nochmal ich glaube das ist der letzte Baum und noch eine Ananas ich habe so ein Gefühl mehr Bäume gibt es hier jetzt nicht mehr also zumindest nicht noch mehr die ich hier abholzen kann der Boulevard hat uns wieder gesehen sehr spät wohl da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher wohl die haben jetzt auch wieder ordentlich Hunger und Durst so und das war's keine Pokussüsse mehr aber ich glaube das war's hier gibt es nichts mehr bestimmt irgendwo noch vielleicht eine Tour aber da das will ich jetzt nicht nochmal suchen ah Harrybert hängt da immer noch fest ich hoffe der das sage ich lieber nicht laut das sage ich lieber nicht laut was ich gerade sagen wollte sonst werde ich noch von YouTube gesperrt gibt es hier vielleicht noch was nope gut dann können wir gehen dann können wir gehen wir haben alles weswegen wir gekommen sind ach da war mein Schiff aber es sieht aber auch schon nice aus mittlerweile muss man ehrlich sagen oh Mario spielt Call of Duty schöne Grüße an Mario hier haben wir es geschafft so hier haben wir es geschafft und jetzt müssen wir im Strom sein und einmal alles sortieren dann haben wir so viele Hinbeeren schon ist schon ordentlich was wir an Hinbeeren haben Rote Beeren Entschuldigung ich habe mich vertan Essen haben wir aber auch ordentlich wirklich Rezept haben wir aber auch ordentlich hier Rezept einfacher Fischeintopf den haben wir zweimal dann kann ich den da wegschmeißen Barbecue Mango Nana Haihappen Pilzomelette einfacher Fischeintopf Einfacher Smoothie Gewüssersuppe Kokosnussschlag und Brote Melode ja den einen Rezept den wir jetzt doppelt haben können wir wegschmeißen den hier muss aber auch ehrlich sagen ich verstehe das Rezept hier gar nicht so dann Metallbaden können wir erstmal hier reinpacken Bolzen haben wir erstmal wieder ein Ihr Schrott und nochmal ein Glas geht auch langsam voll hier so können wir alter wie viel 82 Holz also wollte schon sagen Jo warte mal wir machen jetzt folgendermaßen den hier reißen wir jetzt hier schon ab und setzen den jetzt schon da oben hin so ist der auch wieder ganz normal gerade oder ok den können wir aber auch erst einmal wieder nach oben setzen oder noch eins höher meine ich ähm am besten so erstmal den da will ich haben nice erwischt hat sich was das angeht aber nicht gelohnt aber was alles andere angeht hat es gelohnt so dann machen wir hier einmal zu soweit es geht so dann brauchen wir noch 6 12 18 um hier hinten fertig zu haben mal schauen wie viel Holz wir jetzt hier unten haben alles für Holz haben äh zwei Planken so weg und weg sonst können wir nix erstmal bauen ach so den müssen wir auch nach oben packen komm ich will vorbei sozusagen den setzen wir hier oder noch besser genau hier vor hier sind nicht ganz im strom so noch ein kleines bisschen sind wir gerade naja egal das was will ich haben kriegen wir den ja geil hat sich aber gar nicht gelohnt aber die kiste da die wird sich lohnen jetzt kommt es nur eine Planke drin ich hoffe das reicht aus haben wir vorbeigeworfen ja das wird aber passen geil komm die Planke nehmen wir auch noch mit und den und den peilenblatt haben wir auch noch mit genutzt toll so nice wir können noch mal einen bauen so ist das noch eine kiste zwei kisten direkt dann auf einen klar das ist aber selten oder irre ich mich da so noch ein bisschen na komm 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 so jetzt aber so sieben nice so dann heißt es jetzt für hier ne hier bräuchten wir so drei und dann nochmal da drei dann schauen wir mal unten wie viele Planken wir jetzt da haben ah einer noch könnten wir das fertig machen aber da kommt zum Glück ein Fass den wir uns jetzt noch schnappen ich habe gesagt den wir uns jetzt schnappen ich habe gesagt dass wir den uns jetzt schnappen komm schon kann doch nicht so sein dass ich so schlecht bin so das weg das weg so haben wir sogar einen mehr als wir brauchen so und biegeln hä ob da drück ich aus Versehen also hier hinten haben wir schon mal wieder ein Stück fertig aber wie ich hier die Räume mache das muss ich wirklich mir noch ganz genau überlegen ja aber erstmal machen wir die obere Etage fertig und da machen wir in der nächsten Folge weiter nächste Folge ja genau in der nächsten Folge und vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer MaxDeos und ciao ich bin's bis ab bis bis ab bisinsi Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018